Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen spannenden Survival Runde bei Earthfall mit dem kompletten Squad hier mit Benni, mit dem Waller und mit dem Denos und dem, ja, ob wir es heute schaffen werden, das ist die Frage, ne, und da kommen sie schon, da kommen sie schon, die Dreckigen. Da kommen sie schon. Okay, wir haben ja in der letzten Folge so... Okay, lass uns, lass uns die Welle erstmal jetzt fertig machen, oder? Ja, in der letzten Folge sind wir ja sehr weit gekommen und haben auch den Armageddon Fighter gehabt mit dem, ähm, mit dem, was weiß ich wie der heißt. Aber das Ding ist, der Benni hat einen guten Einwand gebracht, wir sollten unbedingt unsere Pistolen behalten, weil die unendliche Munition haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und ich hab gelernt, dass man auch zwei Pistolen nehmen kann und vieles mehr haben wir gelernt. Der Benni hat die ganze Zeit seine Skills zurückgehalten, ne, geheim gehalten. Ne, wie hieß das, wie hieß das nochmal bei COD, wenn man zwei Waffen, äh, biegel... Ne, es gab immer einen Begriff da früher. Ach, keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja jemand. Keine Ahnung. Deine Mutter, Alter. Ey, was? Das ist richtig, ja. Genau so ließ das, wenn er gar saß. Okay, wir wissen, dass jetzt gleich hier die Welle kommt. Man hat das einfach nur Emma. Ne, ne, jetzt scheiß mal auf die Tür hier, warte mal. Achso, wir haben nur zwei hier, ne? Äh, Curry? Oh, oh. Okay, jetzt nehmen wir lieber mal die Pistole und heben mal die Primary auf. Das ist eine gute Idee. Komm, nimm mal die Pistole. Das reicht nicht. Entschuldigung, Benni, ich wollte ja nicht in den Kopf schießen. Ja, das reicht, für die reicht das wirklich, das stimmt. Ja, und dann sparen wir mal die Mühe. Okay, schön aufpassen, Männer. Man muss sagen, das Brandy Fire macht das halt auch ziemlich schwer, ne? Ja, wir dürfen halt nicht im Weg stehen die ganze Zeit. Das müssen wir halt einfach aufpassen. Ah doch, von hinten. Zwei Stück. Okay. Nein, 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 weg damit, weg damit. Oh, fuck you. Oh nein. Genau, und mit Schlagen muss ich auch mehr machen. Ja, mit Q, ne? Ja, ey, wir lassen uns weiter, Leute. Das ist unsere erste oder zweite oder dritte richtige Runde hier. Ja, wir lernen das da gerade alles noch. Also ganz easy. Und bei uns. Wir werden überrannt, wir werden überrannt. Wir müssen wieder in die Garage. Das ist die Welle, das ist die Welle. Ab in die Garage, unbedingt. Scheiße. Ich hab viel Schaden bekommen. Weg da. Nach landen. Oh, Granate. Alter, vorsichtig. Au, passen. Oh. Raus aus unserer Hütte. Der Eppert. Nein, Benni. Die haben mich. Der Benni hat mich geklaut. Komm, ich hab' den, ich hab' den, ich hab' den, Benni. Alles gut. Okay, ich glaub', das war's, oder? Also so eine Welle ist, glaube ich, immer so ein Endgegner und halt ganz viele von den kleinen Dingern. Aber nimm mal bitte die Türen mit. Wirklich. Weil das haben wir in der letzten Folge in der letzten Schule. Deswegen ist, wir können die halt nur so tragen. Dann sind wir sehr langsam, ne? Wir brauchen nicht Geleitschutz. Ja, wir müssen zwei, die mitnehmen. Ich geh vor. Ich nehm mal so einen Tank mit. Ja. Mach die nächste Garage klar. Okay, nice. Alleine greifen die Dinger nicht so offen. Hier sind genug Türen in der Garage. Oh, nice. Ja, das sind die neun, aber die müssen wir gleich alle für das andere Haus mitnehmen wieder. Hä? Ich hab' nen Glitch, ich kann überall Türen festmachen jetzt. Loll. Okay, nice. Werf die erstmal weg. Nice, Leute. Alter, mach die weg da. Warte, lass uns das mal einfach mal. Komm mal rein, Walle. Ich hab' ne Idee. Wir schießen das Auto kaputt, das lockt alle an, wir töten alle auf eine Stelle und wir sind in der Garage. Dann kommen die nicht so einzeln. Okay. Komm rein, Walle. Okay, aber jetzt, äh. Können wir das Auto kaputt schießen? Eigentlich geht halt die Alarmanlage los. Ne, das ist doch bei dem anderen. Da geht die Alarmanlage los. Was war das nicht hier? Das ist, glaub ich, äh, äh, gescriptet. Da kommt der Grüne! Alter, Floi! Deswegen ist, wir dürfen auch nicht zu nahe an die Tore ran, weil dann gehen die Türen halt auf, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, ich glaube, wir können weiter gleich. Warte, warte, hier ist noch mit der Hintertür. Vorne? Alter! Habt ihr das? Ich hab' die vollständig erwischt, man. Okay, ich nehm' wieder eine Pistole, Alter, diese Muni-Scheiße, ey, das ist ein Problem. Das Ding ist, für so viele brauchst du auf jeden Fall so viel Muni. Wir brauchen eine Schnellschusswaffe. Wir haben das Tor kaputt gemacht. Oh, so'n Monster ist hier vor. Weg mit dir, du Ding, Alter. Weck mit dir, du Ding. Okay, Waffen mit, äh, Dinger, Wände mitnehmen, Leute. Nicht vergessen. Genau, 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 genau. Scheiß auf die Wände. Doch, in dem Haus ist das jetzt wichtig, in dem Haus hier, weil da haben wir mega viele Löcher. Da hast du recht. Wir kommen gerade noch gut durch, ich mach' die Tür, ich mach' die Tür schonmal. Oh Gott. Wir schnappen hier schonmal die Granaten im Haus. Wir brauchen hier links noch eine in der Wand. Ich komm. Hilfe, ich bring' einen mit. Ja, ich hab' noch meine Waffe auf, nehm' ihr mal die andere Waffen, die ihr lieben. Links, genau, nice. Und in dem hinteren Raum brauchen wir eigentlich auch noch eine, aber habt ihr jetzt nicht mitgenommen, oder? Oh, oh, da ist so'n Special-Ding. Pass auf, Dennis, rechts. Oh. Boah, der Trescher. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Alles gut, alles gut. Was ist das hier für'n Ding? Nehmen wir mal die Küche hier. Okay, die Welle war das aber noch nicht. Die Welle war's noch nicht. Ne, ne, lass' die Tür, ich übernehme die Tür hier. Hier ist ein Medi-Kit. Ja, ich nehm' mir noch eins. In der Küche. Oh, da kommt wieder so'n Viech. Nice. Super, Jungs, super, super. Wer hat die Haupttür, Walle hat die Haupttür, nice. Ich hab' die Haupttür. Sehr gut. Können eigentlich dann weiter, oder? Ja, ne, hier sind noch ganz viele. Oh, die haben die Tür kaputt gemacht. Oh, Entschuldigung, Curry, Alter. Ich renne den Schuss, sorry. Hier ist noch ein Medi-Pack. Hier ist noch ein Medi-Pack. Ich bin jetzt in so'n Mega-Rausch. Wow! Ich duck mich mal, dann schieß' mich nicht ab. Ja, Curry, heil' dich doch mal und nimm' das noch mit. Du hast am wenigsten. Okay, ich heil' mich. Ich heil' mich kurz. Ist ihn was? Ja, okay. Nice, 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 nice. Haustür ist nicht gesaved. Oh, ja, der Grüne! Pupel! Okay. Wow! Haben wir, haben wir, haben wir, Leute. Warte. Ist hier noch irgendwo ne Waffe oder so? Ne, ne? Habt ihr aufgenommen. Habt ihr noch eure Pistolen? Äh, doch, hier ist ne Waffe. Ah, hier, warte, warte. Ich hab, ich hab, ja. Da ist, okay. Ich hab nur noch die Pistole, Reste eben kein Muni mehr. Ich hab extra aufgehoben und euch die andere überlassen. Ah, warte mal. Man kann jetzt du irgendwie machen, ne? Achso. Du hast die andere genommen, ne? Kann ich die dir geben, irgendwie? Ne. Ist egal, scheiße auf. Ich finde sicher noch ne andere. Okay, Leute. Wir machen's gerade gut. Leute, Leute, Leute. Oh, komm raus. Du komm hier raus, Walle. Okay, wir sind wieder beim Haus. Wir sind hier gerade in der Küche am Kochen. Okay, weiter in die nächste Geraden. Okay, go, 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 go. Hier liegt ein Rasenmäher. Weiter, 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 weiter. Oh, du links. Drecksviech. Gut gemacht. Nice, nice. Ich nehm die Waffe. Haben wir alles zugemacht? Ne, wir brauchen noch eine Wand. Einen noch. Da liegt noch ne zweite Pistole. Ich hol' die, ich hol' die Wand, Leute. Pass auf. Nicht den Trigger auslösen. Ja, ja, nicht machen. Nicht aufmachen. Ich hol' noch ne Wand. Das ist auf jeden Fall vom Vorteil. Fuck, die haben alle Schrott gemacht. Okay, warte, warte, warte. Ich bin leichter. Der Curry ist der Verteidiger. Die Fenster bei uns, ja? Der ist immer dafür zuständig, dass die Wände stehen. Oh, shit. Okay. Ich halte hier noch gar nix, ne? Ich hätte... Ich hätte... Warte mal. Oh, fuck. Verdammt. Ich hätte jemanden gebraucht, der mich... Der mich beschützt. Ja, ja, ja. Komm Curry. Ich komm. Weg mit dir, du dreckst dich. Ich bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Komm, 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 komm. Okay, zack. Ich zapp einfach rein. Komm Curry. Die sind alle tot. Ich kann halt nicht rennen, das ist das Problem. Ja, ja. Okay, nice. Ich bin bei dir. Alles cool, nice, nice, nice. Hier können wir den Tank noch in die Luft jagen, falls die kommen. Benny, siehst du das? Hier unten können wir sehen, Waldo und Benny. Waldo und Benny haben noch ein Medi-Pack, das ist sehr gut. Ah, nice, ja. Okay. Wann komm's? Soll ich löst es aus? Sehr gut. Geht weg von den Türen, ne? Das ist sehr gefährlich. Ich mach die hintere Tür. Ich mach die hinter. Von vorne. Du Dreckstyle! Den haben wir ja ledig. Ja, zieht euch mal. Ja, der ist down, der ist down. Nicht zu nah rangehen, Walle, dann geht die auf. Jetzt. Schön. Sehr geil. Hat aber nicht so viel gebracht, wie ich erhofft hab mir. Versprünge. Okay, vorne ist safe. Ach, der ist nicht nach rangehen. Der ist wieder so ein Viech. Der nächste Mal an die Tür rangehen, Leute. Oh, die Tür ist down hinten. Jo. Aber wir haben's. Wir haben's. Wir können weiter, oder? Wow. Ja, ich hab noch mal eine Granate geworfen. Sauber. Falls da noch einer rumhängt, weißt du. Guck mal da. Oh! Komm mal her. Komm mal her. Shotgun, Baby. Sehr schön, Freunde. Okay. Sehr schön, das war super souverän. Okay, sehr gut gemacht, Leute. Das war gut gemacht. Ja, das war echt gut. Nimm alle die Türen. Alle die Türen mitnehmen. Tobi? Ja, die brauchen wir da gleich nicht, oder? Ja, ja. Ja, warte mal. Wo geht's jetzt hin? Zu dem Haus, ne? Ja, zu dem Haus. Okay, da brauchen wir wirklich keine. Okay. Go, 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 go. Pank brauchst du nicht mitnehmen? Da haben wir genug. Oh, da ist noch irgendwo ein fettes Viech. Da, drüben! Loil! Was? Jetzt schon? Komm laufen. Nice. Granate bringt den zum Brennen. Nochmal. Wow! Gib ihm! Oh! Was ist noch andere? Redi! Bei dir! Wir haben ihn! Ich hab dich gerettet. Ist der down? Nein, der ist noch nicht down. Fast, fast, fast. Auf den Rücken, Leute. Ja, nice! Ja, schön rein da. Okay, ist down. Weiter zum Haus. Weiter zum Haus. Tschüss! Ich schipp dir von hinten! Mann! Oaaaah! Und wenn der Tür drin liegt, ich guck mal! Haha, geila! Okay, scheiß drauf, komm, bring weiter! Du kleiner Bastard! receiving noch Medipecs auf der Haube, Leute. Ich brauche eins. Ich brauche so eins. Oh, okay, Schwe ... Okay, ich gebe mal schon mal die parce toi pro Karte. Stay fallback, find Zippys. Oh, head to the woods. Covert mich mal kurz. Okay, nice. Ja, warte. Okay, ich fang an. Okay, wir sind down. Ihr müsst mich coveren, Leute. Du musst gleich hier hoch. Du musst hier hoch gleich, Dennis. Warte, ich schau es. Ich schau es. Noch einmal und dann haben wir es. Wir haben es, wir haben es. Okay, jetzt noch eine Welle abwarten. Die Welle müssen wir jetzt safen, Leute. Oh, rechts. Okay, ich mach rechts, ich mach rechts. Booma! Haben wir, haben wir. Sehr gut, sehr gut. Oder sepa, sepa, nicht Booma. Alles cool. Achtung, ich hab rechts, ich hab rechts. Ich hab rechts. Alles cool, Leute. Ich hab... Ich mach rechts, ich mach rechts. Teilt euch auf, Leute. Teilt euch schön auf, Dennis. Immer schön Kuh benutzen, dann könnt ihr die wieder runter treten. Ja, nice. Gute Idee, Benni. Sehr gut. Okay. Okay, wir haben es passt, oder? Hier ist noch ein Medi-Fack hier oben, Leute. Einer kommt hoch. Gern nicht mehr. Ich glaub, wir haben es. Okay, wir haben es. Nice, Leute. Alter. Oh nein, ich hab die Pistolen weggeworfen. Eber auf, eber auf. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nimm mal jeder so ein Benzin-Kanister hier mit. Den können wir da runter schmeißen. Ja, stimmt. Also der Dicke kam ja gerade. Es kommen gleich auf dem Gang kommen gleich noch welche. Ich bin bereit zum Schießen. Okay. Vorsicht! Auf diesen Hof her. Walle, komm Walle, komm 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 komm. Lauf, 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 lauf. Ich behalte den Tank im Auto. Ja, ja, ich musste... Okay, go, go, go. Benni, pass auf, linke Seite, Benni. Ich hole den anderen Tank noch. Wir sind gerade gesplittert. Wow! Noch ein Boomer. Okay, ich hab den Tank. Alle hinter dir, Boomer. Da kommen ganz viele. Scheiße, Benni. Ich bin überrannt. Ich bin überrannt. Scheiße, Mann. Was ist da hinten los bei euch? Ich hab den Tank da rein, Leute. Baller die weg. Ja, nice. Alter, geil. Das hat geholfen. Sehr gut. Okay, weiter. Goal, komm. Dennis, du musst dich gleich mal aufhielen. Ja, ich schmeiß den Tank runter, Leute. Aber es lohnt sich jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht aufhielen. Nice. Gut gemacht. Warte, wir sind die Cowboys. Gönnt euch. Warte, lass die erst ranlocken. Das ist eine geile Positionierung. Lass die ranlocken. Aber auch. Hinter uns. Die kommen. Die kommen. Okay, ich save hinter uns ab. Ich hab nur keine Muni mehr. Lass es wieder zum LKW laufen, Leute. Das war gut. Nein, das schaffen wir jetzt noch nicht. Erst kommt eine Welle, Walle. Warte auf. Da sind wir recht safe. Wir können nur einen Weg nach oben kommen. Hinten, 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 hinten. Hinten euch. Hinten euch. Hab ich, hör ich. Go, go, go. Walle, Benni mach weiter nach vorne. Wir haben hinten. Wir haben hinten. Okay. Wuhu. Okay, halbwegs. Da kommt noch so ein Viech. Da kommt noch so ein Viech. Wow. Leider nur die Pistolen. Du trägst Zink. Hilfe. Hallo, Curry. Wo bist du? Oh nein. Alter, ist das neu. Ich komm, ich komm Curry. Ihr lauft mich einfach zurück. Wie kommen wir denn da hoch? Da kamen wir auf dem Feld. Curry, wir müssen Curry retten. Seid ihr den Curry am retten? Alter. Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Topel. Oh Gott, das wäre richtig knapp. Ich bin tot. Ich komme, ich komme, ich komme. Komplett tot? Nee, nee, nee. Oh, Benni. Ey, ich werde angegriffen. Ich muss zu dem. Wir müssen mich retten. Oh Gott, ich gehe down. Ich komme. Alter. Du drückst mich. Jetzt bin ich down, jetzt bin ich down. Ich komme, Alter. Leute, ihr dürft nicht einfach vorgehen. Wir müssen echt zusammen bleiben. Helft mir. Okay, ich habe den Benni. Helft euch, helft euch. Ich hole dich hoch. Oder machst du das schon? Okay. Hehl dich mal hoch, Curry. Hehl dich mal hoch. Ich habe nichts zum Heelen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wer ist, wer ist der Ort? Oh ja, gib mir die Spritze. Curry. Oh, das sieht so sexy aus. Wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Nice, 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 nice. Okay, go. Okay, jetzt go. Warte, ich muss heilen. Ich muss heilen. Ganz kurz. Lass uns alle unbedingt heilen. Ich bin voll hart angegriffen worden gerade. Pass auf, gleich kommt wieder der eine Kumpel da. Der Manfred, aufpassen. Nein, nicht unbedingt. Der war ja vorhin schon dran, ne? Also ich weiß auch nicht, warum der fette schon wieder da war. Der Manni bleibt in der Bierkneipe, du. Okay, aufpassen. Denkt dann zum LKW jetzt, ne? Ja. Boah, da kommen die schon. Und gleich nicht wieder da vorne in diesem Scheißloch stehen bleiben. Pistole ist halt auch scheiß auf die Leech. Aber besser als nichts. Kommt rein, kommt rein, Leute. Jeder ein Medikit nimmt. Jeder Granaten mitnimmt. Nimmt euch was geht. Jetzt wird aufgefallen. Ihr Drecksmixer. Alter. Pistole nachladen. Alter. Statement. Pass auf, pass auf, pass auf. Nicht gegenseitig abballern. Nein, nein, nein. Alles cool, alles cool. Wir haben die Welle überstanden. Nimm die Granaten mit. Kommt raus. Habt ihr alle Granaten? Ich hab noch, ja. Okay, go. Da liegt immer noch ein Medikit. Wer braucht das? Ich nehm das mal. Warte mal. Ja, heil dich mal Dennis und nimm das mit. Achso, ja genau. Gute Idee. Alter. Hä? Okay, go. Mann, da kommen welche übern Zaun. Ganz viele. Alter nicht. Okay, zurück, 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 zurück. Granate kommen. Okay, warte. Granate. Bam. Nice. Sehr geil. Und noch eine. Grenade. Hinter uns. Hinter dir, Walle. Benny, 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 hinter dir. Oh Gott. Hinter mir, ja. Fuck you, Mann. Okay, nice, nice, nice. Sehr gut, sehr gut. Wir haben sie. Weiter geht's. Nice, sehr gut. Sehr gut, Männer. Nachladen. Reloading. Okay, wir sind weit. Komm, jetzt müssen wir das Ding hier auch durchziehen. Alles cool, alles cool. Jetzt kommt halt die harte Scheiße, ne? Hands up, Grenade! Ich lade noch nach. Das war zu früh. Das war zu früh. Das war ich. Hinter euch, hinter euch! Wir müssen auf unserem Rüst aufpassen. Ah! It's got me! Help! Leute! Verdammt. Der stimmt immer noch am Leben. Der kommt von der Seite. Oh Gott. Wir müssen ein bisschen aufeinander aufpassen. Jetzt kommen sie alle. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin schon wieder. Keine Ahnung. Wir müssen uns selber zurückziehen. Wir brauchen Rückzugsort. Ich helfe Curry. Alright, I'm back for more. Ich habe kaum noch Leben. Da kommen noch mehr von hinten. Warte, du bist viel zu weit vorne. Komm zurück. Ja, ja. Ich freu mich gerade auch, Freunde. Okay, Warte, du hast einen Medi-Pack. Nimm das 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 Medi-Pack. Okay, Leute. Ruhig, 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 ruhig. Da sind hinten kommen die Nächsten. Da hinten geht's weiter, Freunde. Let's go. Okay, go. Ab geht's. Samba, Samba, die ganze Nacht. Scheiß auf das Bief. Wir haben schon einen Shot gemacht. Alter, von hinten, Leute. Alter, von hinten, Leute. Oh mein Gott. Die Storage Facility. Leute, nicht so weit hinten. Nicht so weit vorgehen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe halten dich. Kaum Leben. Ich sicher euch. Ich sicher euch. Aber, aber. I'm getting me some Medi-Pack. Oh, ich brauche. Da vorne ist doch Medi-Pack, oder? Hier links. Hier kommt noch Medi-Packs jetzt. Hier, guck mal. Jetzt kann man den Koffer haben. Oh, von hinten. Ich muss einen Medi-Pack nehmen. Ich muss unbedingt einen Medi-Pack nehmen. Ich nehme eins. Ich nehme eins. Mach das. Aber nicht stehen bleiben. Nicht hier stehen bleiben. Die kommen von hinten in einer riesigen Horde. Die Ammokiste, Leute. Die Ammokiste. Achtung. Ja. Okay, go. Nice. Alle erledigt. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Warte. Ladet erstmal schön eure Muni auf hier gerade. Hab ich. Hab ich schon. Okay, habt ihr schon. Okay, alle gut. Wir müssen weiter. Hier rein. Okay, wir schaffen das. Komm, wir schaffen das. Alter Schwede. Diesmal schaffen wir das. Können wir das schaffen? Passt auf eure Ausdauer auf. Was müssen wir denn überhalten? Okay, da unten sind welche? Wir müssen... Oh, fuck, fuck, fuck. Nicht in den Büschen stehen bleiben. Oh nein. Ah fuck, wir müssen das aufmachen. Wir treffen uns selber. Wir treffen uns selber. Wir treffen uns selber. Mach das auf. Mach das auf. Warte, warte, warte. Rein, 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 rein. Komm. Okay, go, go, go. Das ist spannend. Rein hier, rein hier. In die Ecke. Genau, genau, sehr gut. Granate. Ohhhh. Alter. Okay. Oh, warte, 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 warte. Oh, 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 oh. Passt auf, dass die nicht hier hochkommen. Da sind ganz viele. Da sind ganz viele. Granate, Leute. Wir müssen uns hier weg positionieren. Wir müssen das überleben. Oh, 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 oh. Links, links, links. Alter, was ist hier los, Mann? Benni, links von dir. Ach, die kommen über den Zaun. Okay. Überm Dach, überm Dach, oben. Die Granate hat mich voll erwischt. Nice, nice, nice. Oben, oben. Ah, Puppe. Zurück, zurück. Raus aus dem Gift. Wir müssen da rein. Ja, genau. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, wir haben dich. Go, go, go. Vorsicht. Ich schliege. Nein. Hilfe. Wir müssen das safen. Ich kann dich nicht hochholen gerade. Jetzt, jetzt, jetzt. Kümmer mich um die Viecher. Okay, Benni, ich hole dich hoch. Du musst mich retten. Ja. Okay, nice. den Feuerschutz zu geben. Okay, go, go, go. Um hier zu erledigen. Was zu erledigen? Alter. Vor, 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 vor. Du musst da weg. Wir müssen weiter. Wir müssen unendlich. Go, 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 go. Wir müssen den Eingang finden. Weiter, 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 weiter. Gut, Jungs, gut. Da geht's rein. Ja, nice, nice. Jawohl, hier können wir uns absapen. Alter, wie geil war das. Wir können uns absapen, ja. Wie in einem Actionfilm. Nein, hier ist nicht gut. Gibt's keine Muni? Gibt's hier keine Muni? Doch, irgendwo. Wir müssen weiter zum Punkt. Wir müssen uns weiter checken. Ich hab keinen Muni mehr. Hier ist ein Medikit, Leute. Hier ist ein Medikit. Alter. In die Garage. In die Garage mit den Toren. Raus hier, raus hier. Ich liege. Atomfurz, greift mich an, Leute. Ihr müsst mir helfen. Wir haben die Welle überlebt. Die Welle ist vorbei. Warte, warte. Wir müssen... Nein, er kommt vom Fließ. Fuck, Whiplash. Ah, ich werd gegessen. Ihm was isst mich. Nein, 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 nein. Ich isst gar nichts. Ach so. Gib mir einen Fallschutz, gib mir einen Fallschutz. Oh, fuck, Alter. Das ist alles gut. Oh, Betty hinter dir, Betty hinter dir. Umschauen, umschauen, umschauen. Nice, Mann. Ich bin wieder da. Ah. Nein. Liege, Liege. Trash auf mir. Ab, 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 ab. Ab, alle. Ey, lasst uns da reingehen, bitte. Liege, Liege, Liege. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Boah, was für ne Metzelein. Wir gucken das Leben. Hier lang, oder? Zurück, 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 zurück. Wo lauft ihr hin? Zurück, zurück, zurück. Wir kriegen Besuch. Nein, wir dürfen hier nicht drin bleiben. Biest! Shoot him in! Das ist doch voll zärlich, Alter. Nee, warte, bleibt hier drin erstmal, bis das Biest geht. Komm zurück, komm zurück, nicht aufteilen. Komm zurück. Ja, kommt wieder hier rein. Komm wieder hier rein. Aber jetzt kommt das fette Vieh, Mann. Wir müssen das... Ist egal. Die Kleinen. Er ist unten. Der schießt hier rein, Mann. Was ist das? Vorsicht, du stellst dich immer in... Ah, raus, raus. Alter, ich... Ich bin down. Fuck, helf mir. Nimm die Granaten. Hilfe, er hat mich von mir. Rette dich, rette dich. Wie, ihr habt keine Granaten? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ey, nicht mich geraten im Flammenwerfer, Mann. Ja, wir sind unterwegs. Was soll das denn? Ja, wir sind unterwegs. Ander, Ander, Ander. Komm her, Benni. Curry liegt auch wieder. Oh, verdammt. Nee, das kann doch nicht so wahr sein. Okay, okay. Wir können es doch retten. Der ist down, oder? Security door ist aktiviert. Security door ist aktiviert. Ich bin dabei. Was? Du kannst das doch nicht aktivieren, Alter. Wir sind halb tot, Mann. Ist doch egal. Alles gut. Ist das Ding down jetzt? Ja, ja, der ist los. Wie, jetzt geht's los. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Leute. Alter. Ich werde dir gemetzelt. Wir teilen uns voll auf. Ja, wir dürfen nicht alles gleichzeitig machen, Alter. Komm, Warte. Da, Mann. Hier sind wir doch safe. Kommt alle aufs Dach. Hier sind wir safe. Rent hoch. Rent hoch. Das ist wirklich gut. Fuck, fuck, fuck. Ah, hier sind ganz viele. Leute, aufpassen. Hilfe. Das war ein Monster. Oh nein. Kommts probieren, Mann. Nein. Ein Biest. Das kann doch nicht sein. Der stirbt nicht. Go, 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 go. Da ist er. Wieder hoch. Wieder hoch. Wieder hoch. Wieder hoch. Wieder hoch. Wie ist es da? Ihr müsst hoch. Ihr müsst hoch. Sonst geht's nicht. Das Biest ist oben. Alter, da ist schon wieder dieses Fiss. Fette Ding, Mann. Ich werde gefressen. Ich werde entführt. Ja, ja, ja. Ich bin fast tot. Leute, Hilfe. Alter, das fette Ding ist zu kracht. Treff' dir nicht. Treff' dir nicht. Du Blockpicks. Heiße, Mann. Ich geh's hier. Okay. Schieß weiter drauf. Ich rette dich. Treff' ihn. Der geht auf mich. Der geht auf mich. Der geht auf mich. Benni, hinter dir. Okay, ich geh's wieder. Mega. Nice, nice, nice. Nein! Nein, Mann! Ich hab' ihn. Ich hab' ihn erwischt. Der ist tot, okay. Der Dicke ist tot. Hilfe! Ich komm, ich komm, Curry. Hol' den Curry, Curry. Ich krieg' dich nicht. Ich krieg' dich, Curry. Ich bin da. Alter! Wir haben keine Money mehr. Curry, stehst du? Ja, alles gut. Ja, Mann! Ja, Mann! Warte, wir müssen hier ran. Boah, wir haben's fast geschafft. Ich muss mich unbedingt zielen, sonst bin ich tot. Leute, erstmal kurz sammeln hier an dem Ding. Kommt alle zu dem Ding hier erstmal. Aktivier das. Boah! Alter! Aktivier die Scheiße, Mann. Es ist alle Spritzen, die ihr habt rein und irgendwas. Ich hab' nix mehr. Boah! Ich hab' nix mehr. Ich hab' keine Spritzen. Okay, let's go. Ich aktiviere. Oh, nein. Get inside Resistance. Oh, go! Ja! Saved euch, Leute! Kommt rein! Jaaaa! 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 Boah, war das knapp. Alter, was ist das für ne Scheiße! Ich spiel' nie wieder! Den Storion! Alter, zum Schluss. Also, ganz ehrlich, ich hab' mich so abgefangen. Er schreit so, was ist das für ne Scheiße! Alter, ey! Wie geil war das, bitteschön! Alter Schwede! Massaker, Gunsinger, Efficient, Immortal, Brainiac und Medic. Boah! Der muss doch mal loben, ey! Über 290 Kills, Alter! Boah! Aber darum geht's ja gar nicht. Muss man dazu sagen. Hier geht's um Teamplayer. Hier geht's nicht um Statistiken. Was heißt denn Inter, in Kappa, bla bla bla? Was heißt das denn? Ja, ausgeschaltet worden. Okay. Oh, ich bin einmal gestorben. Curry dreimal. Nope. Ja. Ich bin nicht einmal gestorben, tatsächlich. Also, es war ein guter Mann, den ich da am Tag gelegt habe. Ich hab' mich auch mal konzentriert, ausnahmsweise. Ja, ein Mega-Game. Wir haben es geschafft. Es war aber sehr knapp. Und, liebe Freunde, in der nächsten Folge gibt's da eine neue Map. Da freu' ich mich riesig drauf. Geil! Und glaub' ihr euch auch, oder? Auf jeden! Großen neuen Updates für meine Creative Cloud verfügbar sind. Da werd' ich die doch mal erzählen. Das ist sehr schön, mach' das jetzt mal. Ich massier' mir jetzt meine Füße oder so. Boah! Die alten Augen, ey! Ich bin jetzt dafür, dass wir weiterzocken. Und dann geht's in der nächsten Episode. Wahrscheinlich schon übermorgen. Vielleicht ist die aber auch schon da. Schaut mal in der Beschreibung vorbei. In der Playlist. Da find' ich auch die ganzen Links zu der anderen. Und weiteres. Pipapo! Bis dann! Ciao! Ciao! Oh Gott! Bang! 확ung. H시고! Alright! Hズ! RAY!!!